Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Empyrium Galactic Survival. Fleischhörmer fliegt und Minja starft vor sich hin. So muss es sein. Herzlich willkommen meine Damen und Herren. Ja genau, Herr Fleischhörmer ist ja auch noch dabei. Ich möchte auch kurz die Zuschauer begrüßen. An den Büchern. Das klang jetzt aber, die ist so mag. Die, die ich mag. Finde ich total toll. Die, die ich mag. Die, die ich mag, ja. Die anderen auch. Ja, wir haben ein bisschen Prometium abgebaut. In der letzten Folge haben wir ja ein bisschen gefarmt. Also erst Eisen, dann Prometium. Und durch die Decke fallen. Erst noch mal am Wackeln, gell? Das Raumschiff. Nein, jetzt noch nicht raus. Erst noch nicht jetzt raus. Ja. Jetzt große Raumschiff. Richtig. So, jetzt haben wir ja Jute Eisen übrigens. So, jetzt sind wir schon wieder am Wackeln. Jetzt geht's. Im Bann der Dämonen. Buffy. Im Bann der Dämonen. Buffy. In meiner Lieblingsserien. Echt jetzt? Ich hab... Dreh weg. Dreh weg. Dreh einfach zur Seite weg. Dreh einfach. Ich hab mich mit Jorle mal in Wasteland-Stories darüber unterhalten über Serien. Und hat sie gesagt, sie findet, ähm... Jetzt aus dem Standard erwartet, um ehrlich zu sein. Ähm, nicht Buffy, sondern, ähm... Charmed. Auch nicht. Nee, 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 ähm... Supernatural. Ah, okay. Dann hab ich das auf eine Stufe gestellt und hab gesagt, das ist so ne Kinderserie. So wie Buffy. Hm, so ne Art. Oh, dann hast du dich aber hart und ruhig gemacht. Und da kam die, genau, da kam dann die Community hoch und hat gesagt... Was? Die Abo? Du. Nee, äh, nicht ganz so hart. Du, what? Ähm... Das bin wieder durchgehend. Ja. Und, äh, hat auf jeden Fall gesagt, nee, das ist ganz anders. Vielleicht die ersten Folgen, guck dir doch mal diese Staffel an. Und, äh, Zendibdi hat es ja immer geguckt und ich hab dann gesagt, jo... Ne, hab ich nicht gesagt. Ich hab mich noch nicht öffentlich entschuldigt, weil, weißt du, ein Mann entschuldigt sich. Entschuldige dich. Jo. Tu es jetzt. Hab ich. Mach es. Ja, nee, ähm, ich hab das dann falsch eingeschätzt. Entschuldige dich. Du sollst dich entschuldigen. Ja, mach mal. Hast du dich schon entschuldigt? Mhm, mhm. Lach es doch einfach. Ja, es geht, weißt du, ein Mann kann es nicht. Lach einfach, ja, Entschuldigung. Also. Nee, so sagt es das Wort. Muss man schon verstehen. Lach es. Oh nein! Völliger Gefühlsausbruch, Aufnahme beendet. Heulen. Tränen, weinen. Genau, guck mal im, äh, im Klo. Oh, da ist noch was zu essen, habe ich gerade gemacht. Oh, was ist denn jetzt los? Ist Lichtausgang? Nee. Irgendwie reflektiert er eigentlich scheiße. Irgendwie ganz komisch an den Wänden. Ähm, ja. Supernatural habe ich hergezogen. Es tut mir leid in aller Öffentlichkeit. Da möchte ich doch an dieser Stelle noch mal betonen, dass es... Oh, wo ist es? Hör, der hat mein Wettbewerb. Nein, ich kann das. Krei eben noch völlig ab. Oh, hier. Minja ist aber mit allen Farben schön auf 100%. So, ich mach mal im, 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 im linken, äh, rechten Konstrukte, Mike, ähm, Munition. Mhm. Wir haben wundervolle, fast 1000 Eisenwaren. Wie kann man jetzt mit F, nee, wo war das Knopf? F7, F6? Hä? F6. Lemmy. Kupfer, Silicium, Kobalt. Ihr könntet Lemmy nochmal basteln. Echt? Ja. Aber brauchen wir jetzt erstmal nicht, oder? Bevor wir nicht Grundlagen haben, oder? Ja, wie du. Ich krieg dich, du. Nee, sag mal ehrlich, das könnt ihr jetzt... Wollen wir mal ausprobieren? Lemmy-Klonungserfolge? Nee, geht nicht, geht nicht. Kupferbahn braucht noch und... Das war halt. Kupferbahn. Kupferfahren. Ja, tatsächlich. Gab's da unten Kupfer? Nee, gell? Äh, nicht so richtig. Haben wir nicht drauf geachtet. Wisst ihr was? Es müsste auch irgendwie... Man müsste doch den Weltraum auch kateografieren. Kateo... Wie heißt das? Kation... Kation... Ion... Ion... Ion-Strahl. Ähm... Wieso? Kartografieren. Kartografieren. Kartografieren heißt das so? Kartografieren heißt das so. Bitte erzähl dir das, was du möchtest. Ja, dass man erkennt, wenn man da schon war und weiß, dass ich hier so ein Ausklapp-Ding habe. So ein Weltraum-Wikipedia. Oh. So? Ja. Welche Rasse lebt da? Welche Tiere sind da? Genau, welche Materialien gibt es da? Was für Materialien... Wenn man es halt entdeckt hat, natürlich. Weißt du, so einen neuen Wiki-Eintrag. Auf, äh... Mascarpone gibt es lecker Eis. Nee, das ist ja... Ja, das wäre, äh... Überaus geil. Ich erfasse jetzt mal ein Ziel. Und zwar den Trading Outpost. Wollen wir da mal hinfliegen? Ja, wollen wir mal hinfliegen. Machen wir mal schon mal hier ein bisschen, äh... Materialengeschichten. Weil ich brauche Munition. Du brauchst Munition. Gehe ich von aus, ne? Dann lass ich das mal an. 5,8 habe ich noch. 207 Schuss. Aber... Machen wir mal hier 50 mal 5, glaube ich. So. Ansonsten... Ist jetzt schon mal gut. Ist jetzt schon mal die halbe Mie. Dann komme ich jetzt runter? Ja, ich bin auch noch oben. Ich habe auch noch Rassorten gemacht. Aber ist egal. Es... Wie, ist egal. Es... Es... Oh, fuck. Äh... 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 Ich muss das unbedingt weiterbauen. Ich hab das vorher schon gesagt, ne? Aber ich muss... Ich krieg's nur nicht stehen lassen. Wisst du was? Wenn du am Treading-Outpost bist, dann beug mal. Hä? Ja. Du willst das Wunder der Natur? Okay. Ich baue da Gänge übrigens ein, damit wir hochkommen in die... Ach, das ist zu hell. Ja. Äh. Wo ist er? Links weiter. Hast du jetzt Asteroiden-Feld, äh, genommen, Wundermann? Ne, es steht da unten. Trading-Outpost habe ich. Achso, ne. Ich sehe irgendwas vor uns. Der wird dann mittendrin sein, wahrscheinlich. Da links ist was. Links sieht was. Genau. Da zwischen, gell? Da klitzert was. Hier so. Da so. Ja, genau. Mal Schub hier. Ich, ich gebe, ich drücke sogar Shift, weil aus alter Gewohnheit. Nein. Nur gar zwei, oder? Was schönes haben wir ja echt nicht gebaut. So. Hat unser Bus mit dem Ersatzrad da oben drauf. Wir sind wie so ein, so ein Wüstenfahrzeug. Die haben da auch die Dächer, die Räder auf dem Dach. Wir sind die Flodders aus dem Weltraum. Ja, Weltraum Flodders. So heißt dann die neue Staffel. Weltraum Flodders. Flodders in Space. Ich glaube, es bei mir heißt die fünfte Staffel von Imperium, das Staffelschwein. Wir sind in der sechsten. Also wir wären dann in der sechsten, wir sind schon in der fünften. Ja, ja, wir sind jetzt die fünfte, meine ich ja, die fünfte heißt das Staffelschwein, weil es schon jetzt die fünfte ist. Hier, Thermikastation ist da drin. Rechts von uns. Ja, rechts. Migotsu, Chipjahrt. Da bin ich ja mehr spannend jetzt. Was, 2,4 Kilometer und ist schon so groß? Hui. Hm. Hallo. Wir sind's. Hm. Oh. Weiß ich. Wird es jetzt noch größer? Schießt hier was? Ja, das Ding. Auf uns? Nee. Auf die, nee, nee. Du kannst nicht aufhören. Du rufst die Migotsu, Chipjahrt. Ist gut. Schießt jetzt. Kann ich den ausmachen? Ja, unfassbar, Mensch. Wie benimmst du dich denn? Wir sind doch Gast hier. Ey, ja, mit other factions. Ich hab mal other factions rausgenommen. Flieg mal ran. Nee, nee. Ich würde den Migotsu, Chipjahrt. Chipjahrt. Hm, hallo. Hallo, Pagai. Chipjahrt. Wir sind übrigens keine Rassisten, wenn wir solche Sachen machen. Wollte ich mal ganz eindeutig nochmal festlegen hier an dieser Stelle. Ich glaube, dass das irgendjemand denkt. Unsere asiatischen Zuschauer an dieser Stelle. Bitte meldet euch. Wir können gerne wissen, haben wir asiatische Zuschauer. Genau. Vielleicht haben wir jetzt gerade eine Sprache gesprochen, die eventuell eure Mutter beleidigt in der Landessprache. Dann tut uns das leid. Du hast. Aber ich mag. Das war eher indisch, oder? Indisch ist ja die Zunge so nach hinten wegklappen, so ein bisschen. Aber da sind die Schütze drauf. Die schießen doch. Man kann nicht. Man kann nicht. Man kann nicht schießen. Warte mal, ich mach den an hier wieder. Mach mal an. Aber das bringt nicht viel. Völlig unentspannt. Lass mich mal. Nee. Meinst du, die ist jetzt lieb, oder was? Bestimmt. Es ist doch Trading Outpost. Nicht, fuck you, ich baller dich. Vielleicht traden sie uns. Ja, Raiden. Raiden. Und? Trading Outpost. Also es ist gestützt wieder an, ja? Es ist gestützt wieder an, ja. Hm, bewegt sich noch nicht. Hart am steuern hier, der Freund. Junge, ist das mal richtig? Kann man hier landen? Kannst du ja mal in die Nase Rind stecken, da. Ich überlege gerade, wo wir hier andocken können. Steck doch mal Rinder. Ja. Ey, welchen Abstand haben wir denn nicht dort? Ich passe hier doch nirgendwo ran, wa? Passt du da nicht rein? Nee. Hast du das echt? Ja, halt. Dreh mal rechts. Ja, ich weiß schon, wie du meinst. Okay. Und jetzt halt drin. T-T-T, und geradeaus. Trocken rein. Oh, nee, siehste, wir sind schon angedockt. Wir sind viel zu breit. Wenn ich jetzt schon andock... Du bist doch nicht mal drin. Du tust das Loch nicht. Jetzt pass mal auf. Dung. Merkst du was? Ach so, Witzerin. Nee. Wo holst denn du rein? Mit der Spitze. Nur so ein bisschen. Hier, vorne ran. Was? Schießt du? Nee. Jetzt lass das Ding so stehen jetzt hier. Okay. Ich würde vorschlagen, kurz in den ... ... ... Was ist denn hier los? Der Aufzug funktioniert nicht mehr. Sag doch jetzt. Nur sporadisch. Was ist das hier? Man fällt runter, weil ich an den Rand gegangen bin. Ich hab hier verdammte Leidung. Ich komm hier nicht raus. Du musst du nicht so arschen. Hörst du mir nicht zu? Hier, guck mal. Siehst du das? Ich schwöre mir nicht. Siehst du das? Ich seh das, ja. Warum? Schwebe du. Und? Ist das ausgemacht. Nee. Keine Ahnung. Das ist kaputt hier voll. Wenn du ja drückst, schwebst du. Wir werden beschossen. Wir werden beschossen. Naja, von da drinnen irgendwie. Geht's dir noch gut da vorne? Wo? Oh, ich muss jetzt mal nachladen. Ja. Hä? Gut. Keine Ahnung. Ne, das ist nicht. Lohnt sich nicht. Was schießt denn hier? Grundaggressives Pack. Ich bin hier drinnen irgendwie. Ah, die Türen gehen auf. Ja? Ja, die Türen gehen auf hier oben. Hä? Ich konnte hier oben rein. Siehst du mich? Wo bist du denn, Digga? Ich bin jetzt hier ganz oben bei dem sogenannten Antennen. Wurmfortsatz. Och, Mann. Hä? Was schießt denn hier? Komm mir nicht durch. Kannste abbauen? Ja. Keine Fraktion? Der schießt doch nicht auf mich. Das Ding schießt auf irgendwas anderes. Was? Brauch's ab. Hab ich. Das gab's dadurch. Woher? Ist das vielleicht, können wir das, ist das P? Ja, P, geht. T? Fraktion. Achso. Gitz. So, ist uns. Hier ist kein Kern drin. Oder kein... Der ist uns, muss nicht abbauen. Ich mach es. Okay. Hier ist schön Material noch in den... Hier sind irgendwo, muss hier noch ein paar... Container sein. Auf jeden Fall habe ich das auf unsere Fraktion jetzt umgestellt, hier die Station. Das ist doch schon mal gut. Das ist gut. Das ist gut. Ne? Schon groß? Ne? Hier Schwerkraft? Ne, hier ist auch kein Schwerkraftsgenerator. Soll ich mal schnell einen konstruieren da drüben? Mach einfach. Mach einfach und einen Kern am besten gleich. Ne. Wie so ein Kern. Wir konnten das doch unsere Fraktion zuordnen. Das geht doch nicht ohne Kern, oder? Keine Ahnung. Ich wusste auch nicht. Ohne... Ohne... Sie brauchen unbedingt hier Schwerkraft. Ja. Schlimm. Kannst ja nicht arbeiten, so. Ne. Er macht Munition, da will ich mich nicht einmischen. Hier. Ich weiß nicht, ob das geht oder nicht geht. Ohne oder mit. Wir gucken. Wir gucken. Gerne. Aua. Ach. Dann auf jeden Fall Schwerkraft... Hä? What now? Ich habe den Schwerkraftgenerator angeworfen. Das ist ja ein Advanced Constructor. Dann hat er... Ding, 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 ding. Hat jetzt erstmal hier 5 Millionen Teile angeworfen. Hast du hier schon gelootet, die eine Seite? Ne. Ach, ich habe nicht gelootet. Ich bin völlig durcheinander. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich muss hier raus. Muss ja auch mal sein, ma. Oh. Lass mich... Ruhe. Aber was haben die denn geschossen? Weiß ich nicht. Ich verstehe halt auch nicht... Ist das vielleicht fraktionstechnisch wie unser Geschütz? Ne, das hat ja eindeutig einen Feind erkannt, ne? Das haben wir ja falsch interpretiert. Wir haben ja Unrecht getan unserem Geschütz. 5. Ich habe ihnen den Maul verboten. Obwohl... Obwohl es richtig war. Oh, ich hasse das. Kommt, kommt, kommt. Ich bin am Machen. Ich brauche halt einen Moment, ne? Geht meister. Wieso gehen denn unsere Dings nicht mehr? Ich verstehe ich nicht. Was gehen nicht mehr? Na, die äh... Die kaputten Ding. Du stehst hier bis auf dem Kopf. Darf ich nicht? Stehst du wirklich auf dem Kopf? Ja. Ist lustig. Hallo. 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 Hallo, hallo. Lass mich mal. Ich konzentriere mich hier. Ja, klar. Hallo, hallo. Constructores. Ich habe gerade Sachen freigeschaltet. Constructores. So, macht er jetzt noch zwei Spulen. Constructores. Warte. Hörst du mich kurz ran? Dann kann ich hier... Gleich. Alles gut. Warte, ruhig. Schrei mich nicht an. Ich bin schon entspannt. Ich bin schon sensibel. Entspanne dich. Ich würde ja gerne mal eins von diesen neuen Fahrwerken machen, gell? T2. Ja, ich habe hier ein T2-Fahrwerk, so ja. Nur eins. Ja, für mich hat es nicht reich, dann hast du wieder Stress gemacht. So, ich habe einen Schwerkraftsgenerator, jetzt gucken wir mal drüben. Uh. Setz den mal da ein. So. Was denn? Ne, den Stress. Wo sind wir neben rein? Das war hier irgendwo an der Spitze, ne? Irgendwo an der Seite war das. Hast du die Verdampferladung nicht rausgenommen? Schade. Du hast nichts von der Verdampferladung gesagt? Ich habe Verdampfer und ZE-Ladung gesagt. Das habe ich doch nicht zu. So, wo machen wir den rein? Hier oben die Spitze. Schwerkraftsgenerator. Also, wie rum? Ist egal. Ja, könnte ich setzen. Könnte ich setzen. Aber ich gucke gerade, in welche Ecke ich den setze. Okay. Strom ist das Problem. Ja, da sitzt es aber. Strom ist das Problem. Hier ist O2. Da ist ein Generator. Wo sind die Tanks? Was? Hier drüben, oder? Ist das hier? Hast du Strom in der Tasche? Ja. Meine ich. Halbstoff-Tank groß. Ja. Okay. Ist an. Wie viel saugst du so? Station. Okay. Ich habe alles voll gemacht. Jetzt müssen wir mal checken. War die von ihnen an, als wir hier rein sind? Nee. Gell? Die war stromlos. Weil es hier oben auch jetzt rot leuchtet. Äh. Definitiv falsch. Ja. Die war stromlos. Deswegen konnte sie sich auch nicht wehren. Aber die muss ja einen Kern haben, oder? Riecht das falsch? Nee. Siehst du nicht falsch? Müsste er haben. Das müsste man doch eigentlich auch sehen. Ich muss erstmal ein Screenshot machen. Das Volk will Screenshots. Das wollen die gar nicht so, du. Sei mir nicht böse. Wie jetzt? Ich glaube die wollen ganz ein anderes. Meinst du ich mach das immer umsonst? Ja. Sinnfreierweise. Könnte man behaupten. Sieht cool aus. Ich finde diese Radar, äh, diese, wie sagt man das? Litten, Schüsseln, nicht cool. Wie ist denn jetzt? Jetzt. Komisch. So. Hm. 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 Ja. Die Station läuft. So unser Raumschiff hier sieht echt mächtig aus, wie es ja gerade angedockt ist. Ach genau. Das wollte ich machen. Jetzt sehe ich es wieder. Weiter bauen. War nämlich der eigentliche Plan. Das sieht cool aus. Ähm. Aber das wird... Ja. 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 Let's Plays sind scheiße. Ich nehme mal so kurz. Livestreams sind super. Livestreams. Streams. Das ist mit dem Streamer. Könnten wir mal wieder ihn machen. Also jedenfalls zusammen. Ja. Und einen Termin finden. Ja. Wochenende halt, ne? Lass mal zu Hause Bescheid. Schon keine Zeit. Ja, also ich verspreche noch nichts zu laut. Der Generator ist neu. Der Generator ist neu. Ja. Der hat neu aussehen. Jedenfalls der für das... Ich habe einen Aliencontainer gefunden. Mit einem Sturmgewehr und ganz viel Erzen. Ja bitte genau den. Übermäßig Erzen, aber... Wo bist du? Du baust? Ne, ich bin noch hier drin und gucke. Der Generator ist neu. Wo siehst du den Generator? Der Generator... Im Constructor. Der Generator ist der... Fürs Small Vessel. Das kannst du wahrscheinlich... Ich weiß auch wo der Kern ist in der Thermikastation. Haben die vergessen? Vielleicht, als sie das Ding gebaut haben hier... Einmal Sprit rein zu tun und den Kern richtig zu... Faktionieren. Wann ist mit dem? Ja, weil wir ihn ja annektieren konnten ohne... Ja, wird schon so sein. Ja, ich sehe den Kern. Hier sitzt er. Hier unten. Hallo Kern. Hallo Minion. Hallo Kerner. Hallo, ist klar bei dir. Oh, es geht so. War eine wundervolle in der... A dead. Oh, sieht ganz gut aus. Schneller. Ja, was denn? Ja, wir sind fertig, ne? Nee, nee. Ja, so, ja. Stimmt. Deswegen hattest du ja mit dem Let's Plays sind blöd eingesprungen. Ja. Let's Plays sind immer so kurz. Bin ich jetzt. Ich habe ja an dem einen... Weiß sage ich, dass ich Punch Club gespielt habe. Siebeneinhalb Stunden. Siebeneinhalb Stunden. Das hat mich gefesselt. WT. Ja, genau. 18 Folgen sind es geworden. Siebeneinhalb Stunden ist ja unfassbar. Ja. Krass, ne? Ja. Ja. Krass, ja? Also, ist gut. Ja, okay, bevor wir uns jetzt hier verplappern, ne? Ja. Wollte denken auch, na, ihr verarscht uns doch. Ja, zieht doch die Folge kurz schön länger. Mag sein. Könnte sein. Nein. Du hast eigentlich gesagt, oder? Ich sage nicht mehr ab. Verstehe sie? Ne? Gut, mache ich das. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder mit Stationen, die uns beschießen, die wir annektieren und gleich auch mal einreden. Ich weiß ja nicht, die wir in 7D so die. Auf jeden Fall zur nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.